gib einem menschen macht und du erkennst seinen charakter absolut richtig total weil macht ist verantwortung und wie geht ein mensch mit verantwortung um darauf kommt an herzlich willkommen zu sehen und verstehen nummer 36 unser thema ist heute macht macht machen ist das für dich ein wort was irgendwie positiv oder negativ besetzt ist also für mich ist es positiv also natürlich nicht überall aber die frage ist wie man mit macht umgeht also macht macht was und und ich finde deshalb auch die aussage gibt jemand macht und schau was passiert also was und du erkennst den charakter das finde ich total interessant weil ich glaube wenn ich macht habe ist immer die frage was will ich denn eigentlich bin ich wohlgesonnen also habe ich habe ich ein gut möchte ich was gutes erreichen oder möchte ich vielleicht nur für mich was durchsetzen was für andere schädlich sein kann also ich glaube da kommt so immer auf den fokus und auf das umfeld und alles drauf an aber ich finde wenn jemand macht hat und damit gut umgeht kann das richtig richtig gut sein was ist denn macht also das ist nicht also macht würde ich sagen ist eine fähigkeit wie man eine person also wie sich eine fähigkeit personen oder auch eine gruppe zum beispiel auf die einzuwirken oder auch man sagt ja oft auf völker einzuwirken oder auf ein land einzuwirken also wenn ich macht habe bin ich befähigt habe ich die fähigkeit menschen mitzureisen habe ich gleich auch die menschen menschen zu lenken da kommen ja ganz viele gedanken also weil du ja auch fragst positiv oder negativ ich finde da kommen ganz viele sachen was ich mit macht alles erreichen kann aber für mich ist es eine fähigkeit auf eine gruppe oder auf personen einzuwirken oder die zu motivieren auch oder vielleicht auch zu lenken absolut zu manipulieren oder auch zu überrumpeln total wie siehst du denn macht also was was kommt denn wenn du macht hörst was sind deine ersten gedanken ich mag machtvolle menschen weil ich glaube machtvolle menschen können ermächtigen und machtvolle menschen können machen und in dem moment wo ich ermächtigen kann kann ich vielleicht auch die welt ein stück besser machen ich kann sie auch ein stück schlechter machen wenn ich das möchte und das ist genau das wozu nutze ich meine macht beziehungsweise was ist die intention meiner macht ist die ich bezogen ich will mich besser machen egal wie viele opfer es bedarf oder ist sie gesellschaftsbezogen ich will die welt ein stück besser machen nur nutze das was ich weiß das was ich kann das was ich an einfluss habe für das dass die welt besser wird und ich glaube ohne machtvolle menschen würden wir würde ja würde die gesellschaft wahrscheinlich untergehen und auch wir selbst übrigens absolut also ja ich mag machtvolle menschen auch und das ich glaube die haben auch die fähigkeit oder auch die kraft andere einfach ein gefühl von zugehörigkeit zu geben ja je nach kontext oder auch halt zu geben ja total also ich glaube auch dass macht ein ein ganz ganz wichtiger bestandteil ist ich glaube wir dürfen macht auch nicht mit herrschaft herrschsucht verwechseln weil herrschsucht ist ja dann also da kommen wir dann ganz schnell zu den narzissten dieser welt zu zu grundsätzlich den menschen die irgendwas uga uga beweisen wollen weil sie vielleicht ja glauben dass ihr selbstwertgefühl davon abhängig ist wie viel sie herrschen und wie viel sie nicht herrschen und damit ihr ihr selbstbewusstsein aufpolieren ich glaube macht sollte nicht dazu dienen selbstbewusstsein aufzupolieren ja und ich glaube aber da auch wenn du manchmal führung bereich schaust da ist ja macht sehr sehr wichtig aber die frage ist wie setzt man es einer und ich glaube es gibt schon menschen die da mit ihrer macht spielen und da vielleicht auch übertrieben sind ja und es gibt andere die ihre macht einfach ich sag mal respektvoll einsetzen und sagen hey mit meiner macht schaffe ich es dass ich mit meinem team also mein team und ich einfach die dinge gut dass wir das hinbekommen weil ich gebe denen ich den leitplanken ich unterstütze die aber mich auch einsetzen für alle und und dann ist es richtig cool ich muss da ja auch ich weiß dass dieser vergleich ich schäme mich manchmal selbst für den vergleich aber ich ziehe ihn doch sehr oft immer wieder gerne weil unser herr hitler und unser charlie chaplin die klein also sehr ähnliche gesichtszüge haben und beide sind sehr machtvolle menschen gewesen und das ist nicht genau das kann wie benutze ich meine macht oder wie aus welcher intention nehme ich die macht ich würde sagen wir sind uns alle einig dass adolf hitler eine sehr ich bezogene macht gelebt hat und wie gesagt auch an der stelle wirklich über das leben anderer menschen hinausgegangen ist nur um sich selbst zu statuieren charlie chaplin es hat eine sachbezogene machtintention gehabt und hat damit einfach ja wertvolles verteidigt und gemeinschaftsfördernd dinge vorangebracht und das ist einfach der ganz große unterschied wo die macht an sich aber nichts dafür oder dagegen kann sondern es ist eben immer wieder dieser dieser umgang mit macht und die intention dahinter ja absolut ist echt wusste dass du mir spielen kann als ich es vorbereitet habe dachte ich wird sie bestimmt mit kompasst ja auch gut also hast du ja auch recht wenn man da jetzt gerade schon mit dem drin sind sag mal macht im im face reading ja gibt es verschiedene bereiche die das dafür oder dagegen sprechen wie auch immer aber weißt du noch wo die macht am ehesten erkennbar ist ich habe jetzt gerade überlegt tatsächlich habe ich überlegt ich bin jetzt echt hin und her krissen weißt warum will ich gerade so an denen an kiefer und so ein bisschen festhängen mit durchsetzung aber das ist ja nicht so macht vor also das ist ja nicht nur auf macht bezogen ich ich hänge gerade nähe sagt kissen der macht ach genau stimmt genau genau also die wangen nennt man im gesicht lesen auch kissen der macht und ich finde das ganz spannend weil wenn man sich mal anschaut und ich weiß nicht ob du das aus der körpersprache kennst was heißt es denn wenn man einen menschen auf die auf die wange küsst also ich würde sagen auf also rein körpersprache würde ich würde ich es mal weglassen aber ich würde sagen wann küsse ich jemand auf die wange in frankreich ist es normal als das ist wange an wangen das ist ein unterschied wange an wange ist was anderes als wenn ich auf eine wange küsse dann ist es für mich das macht man doch auch oft bei älteren bei respektvollen die man verehrt die man bewundert so würde ich vielleicht sage also wenn ich dementsprechend denjenigen schätze oder auch hoch schaue vielleicht ja unter anderem auch also grundsätzlich macht man das und ich finde das ganz spannend als ich das gelesen habe das auch zu beobachten bei paaren ein kuss auf die wange soll am ausbrechen hindern also und ja wenn ich jemanden irgendwie respektiere und groß machen also wenn wenn ich auf ihn hoch gucke dann küsse ich ihn auf die mangel wange dass er vielleicht in meinem umkreis bleibt also das macht durchaus sinn aber ja guck mal paare an es gibt paare die sich nur noch auf die wange küssen die wollen sich am ausbrechen hindern wenn die sich auf den mund küssen dann kommt es auch wieder darauf an wieder anderes thema aber und das finde ich ganz spannend und auch wenn man das hier macht das kennt man aus meetings weißt du noch was das bedeutet oder hast du eine erklärung dafür also ich würde sagen wenn ich den hier macht dann prüfe ich gerade was passiert hier passt es in mein ding rein und kann ich das so annehmen passt das in mein ding das ist ja wert Moral prüfung werden ich gerade in meiner macht in meiner durchsetzung in irgendeiner art und weise berührt also schaut mal wenn ihr das irgendwie in einem meeting seht wenn einer so macht es sind tatsächlich fast mal fast immer männer haben die überprüfen inwiefern sie ihren status damit verlieren oder hinzugewinnen so und ein drittes beispiel aus der aus der wangen geschichte ist menschen die sterben kurz vorm tod sind haben immer eingefallene wangen genau weil sie keine macht mehr braucht weil sie weil sie keine macht in diesem leben mehr brauchen und deswegen gilt es gilt nicht als einer der acht todeszeichen aber es gilt als einer der zusätzlichen zeichen die wenn sie in kombination auftreten dafür sprechen dass der mensch relativ schnell oder bald stirbt da gibt es auch einen blog beitrag dazu egal also das was an der wange stattfindet hat wie ihr merkt immer was mit macht zu tun ob ob wir uns darauf küssen und jemanden nicht also nicht verlieren wollen oder an uns halten wollen ob wir sterben und die wange fällt ein oder ob wir uns eben dran kratzen und gucken was hat das jetzt mit meinem status oder mit meinem macht bestreben zu tun die wangen der macht ja die kissen der macht sind die wangen und wenn jemand zum beispiel wenn man erkennt das auch wenn wenn man jemanden in die wange kneift oder sich vorstellt das zu tun wenn da so wirklich wenig wenig masse ist leider lustig vor allem habt ihr gesehen es ging direkt der finger an die wange das war jetzt ich konnte es leider nicht unterbinden manchmal kann man ja das niesen noch unterbinden also wenn jemand wenn man wirklich jemanden in die in die wange kneift und da da ist nicht so viel ne also jetzt da ist einfach muskelmasse dann und 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 nicht so viel tschuldigung fett in der hand also nicht so dann sind das auch sehr machtvolle menschen also wir erkennen es vor allem an der wange wir erkennen es aber auch und das ist auch wieder spannend dass es eigentlich ein männerthema ist was nicht heißt ich will nicht sagen dass frauen keine macht haben können ganz im gegenteil aber man merkt schon dass das macht thema vielleicht eher ein männliches thema ist wenn männer die sehr sehr viel testosteron in sich haben entwickeln diese knochige erhebung über den augenbrauen und die wiederum sagt uns in der in der physiognomie dass das macht streben ist also menschen die knochige erhebung über den augenbrauen haben wollen macht wollen führung wollen einfluss und wirksamkeit haben also auch das testosteron und da passt auch genau also ergänzend dazu wie ich habe mir das auto ist das drohen wenn wir wieder bei dem motiv kommen was sind durchsetzung und einfluss macht menschen die wollen ihren status erhalten die sind im wettkampf im wettbewerb die wollen gewinnen die wollen ihre ziele erreichen die haben mega testosteron ausstoß und da passt es auch wieder und weil du aussagst mit männer gibt ja auch studien und da ist schon auch tatsächlich so die persönlichkeit die überwiegende durchsetzung einfluss sind da haben die männer einfach einen höheren anteil also frauen gibt es natürlich auch schon dass es mehr männer gibt ja ja also ich glaube dass auch ohne die frau da an sich irgendwie machtlos oder macht ja machtlos dastehen zu lassen also ich glaube es gibt eine menge frauen die unglaublich viel macht haben und ich möchte auch an der stelle als ausgleich zum motiv kompass bei dem ich total bin auch sagen es gibt auch zum beispiel die macht der liebe also ich und an der stelle geht es überhaupt nicht um einfluss und um ruhm und um dominanz und all diese dinge sondern es geht die liebe bringt uns zu dingen die wir machen die wir vielleicht normalerweise nicht machen würden sie sie integriert uns liebe kann auch manipulieren also in uns selbst also ich glaube dass macht ist wirklich unglaublich facettenreich ja absolut und wenn man da auch mal schaut ich glaube ja bei liebe ist es dann normal auch eine andere energie ja weil da und deshalb ist es auch so spannend dass es nicht nur eine facette gibt wenn man so das machtvolle anschaut was oft auch die chefs haben oder jemand wo vielleicht auch für mehrere verantwortlich ist also macht kann ja auch ein vater in der familie ausüben also unterschiedlich und wenn man da schon ich finde man merkt schon oft wenn man darüber spricht macht körpersprache ja also das sind ja oft menschen die sind erhaben also ich sage mal die haben oft also die haben halt eine gute körperhaltung weil die stehen nicht so da machtvolle menschen stehen nicht so da die haben muskeltonus und oft haben die das thema stolzer im gesicht also das heißt kopf hoch sind sehr gerade also angespannt und die sind auch von ihrer stimme her und was die sagen sind die sehr klar die 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 schwimmen nicht rum dass ich weich mache und so arbeiten die sind fokussiert die sind auch von der geste her sind die sehr klar also hier wollen wir hin das soll man erreichen da da sind die präsent na und da haben die eine ganz andere ausstrahlung dann deshalb haben die menschen auch lust und lassen sich damit reisen lassen sich motivieren weil das einfach schon selbstbewusstsein ausstrahlt also so eine klarheit was jemand möchte na ja ich glaube inwiefern glaubst du dass macht auch abhängig von anderen menschen ist also die eigene macht das ist eine gute frage jetzt lass mich überlegen wie weit ist es abhängig ich glaube schon dass da ein teil mit reinhängt weil wenn du nur allein für dich wer schon nur macht also hast ja letztendlich nichts davon deshalb glaube ich schon dass es dass da schon die auswirkung oder die art viel davon abhängig weil wer drumherum oder was drumherum mehr mehr mich da motiviert oder wenn es wenn es drumherum gibt ja also ich glaube auch dass und das wird das sind immer diese zwei seiten wo die eine seite ganz gerne mal nur als opfer dargestellt wird also im positiven natürlich nicht weil da ist man ja dann gewinnender davon im negativen ist es dann die opferhaltung ich glaube schon macht kann nur derjenige haben der die erlaubnis bekommt macht auszuüben also wenn man jetzt es gibt einfach immer ein der macht ausüben will und der andere der es erlaubt und da muss man sich einfach mal ganz fair an die nase greifen und sagen okay inwiefern lasse ich mich also zum beispiel erpressung ist ja macht also wenn ich jemanden versuche zu erpressen dann will ich macht auf ihn auslösen wenn ich jetzt also sage wenn du das nicht machst dann töte ich dich jetzt mal blöd gesagt dann sitzt der andere da und sagt oh gott oh gott ich habe angst mein leben zu verlieren also mache ich das was der andere mir sagt ja also es macht ausgeübt wenn ich mich jetzt aber hinstellen und sagen auch du wenn ich sterbe dann hat ja die welt nur ein weniger das ist ja nicht so schlimm und du kommst ja in den knast dafür weil 99 prozent aller morde wird aufgeklärt also das heißt eigentlich nicht schlimm dann ist das macht ding ganz schnell rumgedreht weil dann darf sich der andere überlegen will ich in den knast wir fallen zwei gedanken dazu ein also super cool also das eine ist ich habe mir nämlich auch als beispiel aufgeschrieben auch macht menschen das sind diejenigen die sich auch an kassen oder an schlangen vordrängen na und die frage ist nämlich wer lässt es zu und wie oft habe ich das schon beobachtet dass manche gar nichts sagen na ja total und und manchmal ist es so dass man sagt hey stopp wir stehen alle an da hinten ist ja so das ist nämlich genau das kam ja und dann ist mir das kennst du das experiment von damals ich weiß gar nicht ob das mit dem gefängnis also wo die praktisch die die freiwilligen die 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 gefängniswerter wurden ich muss an dieser stelle sagen bitte bitte schaut euch alle den film das experiment mit moritz bleibt treu an wahnsinn und da erfahrt ihr was über macht das ist ein hammer kriege ich gänsehaut weil das hat mich damals wirklich da war ich im kino glaube ich und das hat mich echt mitgenommen ich dachte wie krass wie die am anfang sagt haben ja nee und wir wollen nicht und was dann passiert ist mit dem menschen und deshalb auch die aussage am anfang gibt menschen und du erkennst den charakter oder auch aus was für not handel ich was mache ich denn wenn ich gefühl keine andere wahl habe was für entscheidung treffe ich ne ich würde es ganz gerne mal ganz kurz noch mal erklären mit dem experiment also wie gesagt guckt euch den film an er ist uralt aber er es wirklich wirklich lohnenswert ich habe mir den glaube ich inzwischen ich weiß nicht 15 mal angeschaut also weil er einfach mega ist und er beruht eben auf einem tatsächlichen experiment und ich bin jetzt wieder diejenige die wenig blauanteil hat und nicht sagen kann wie das experiment heißt aber es ist auch egal letztendlich ging es im koben darum dass man menschen in wächter und in gefangene und in wächter eingeteilt hat und man hat das aber entgegengesetzt ihrer grundpersönlichkeit gemacht also man hat die menschen die sehr wenig machtvoll sind also oder sehr wenig macht anspruch haben zu wächtern gemacht und diejenigen die eigentlich sehr dominant sind und die sehr in dem roten bereich oder im testosteron bereich unterwegs sind die hat man zu gefangenen gemacht und hat sie ich glaube geplant war 21 tage beobachtet dass dieses experiment ist glaube ich nach vier oder fünf tagen abgebrochen worden weil es tatsächlich zu fast mord und totschlag gekommen ist weil die menschen einfach mit diesen neuen rollen und den rollen die ihnen eigentlich nicht angedacht sind oder wofür sie nicht persönlich vorbereitet sind nicht umgehen konnten und dabei unglaublich unmenschliche züge auf beiden seiten entwickelt haben ich hatte da da kam dann mal ein interview das weiß ich noch vor jahren da hat auch ein oder zwei gesprochen die bei dem experiment tatsächlich dabei waren es war echt also schaut euch an also da sieht man auch macht machen kann machen bist du mal ermächtigt oder bemächtigt worden sicher also ich muss jetzt gerade ehrlich sagen also die ad hoc jetzt die frage kann ich gar nichts antworten was ich schon auch mehr ich lasse mich gern ungern also ich mag schon gerne dass ich so sagen ich habe nicht gedacht okay natürlich auch wer sagt was und wie sagt das na und da merke ich schon dass das echt was mit mir macht also manchmal denke ich mir wird ganz sicher mit mir nicht mehr also und manchmal denke ich ja das ist okay damit kann ich ja das ist in ordnung das kann ich das kann ich annehmen das heißt du würdest von dir sagen dass es dir noch nicht passiert ist dass du von einem menschen von einem anderen menschen mit seiner macht überrollt wurdest oder zu etwas doch bestimmt schon bestimmt schon aber wahrscheinlich mal blendet er solche sache dann auch aus aber das bin ich auf jeden fall schon ja und hat sich danach auch scheiße angefühlt also ja oft ist es ja so in dem moment ist es zack ja derjenige macht irgendwas und danach denkst du hey eigentlich war das jetzt so nicht okay oder wollte ich es nicht aber das ist mir auch passiert aber ich könnte jetzt gar kein beispiel also ich würde jetzt gar ein beispiel nehmen aber ganz ehrlich so grad ja ja okay dir ein beispiel ein also offen gesprochen glaube ich dass ich in meinem leben relativ häufig im ein in beginn meines lebens relativ häufig mit macht mich auseinandersetzen musste oder mit ausgeübter macht auf mich mein vater zum beispiel hat mich einfach ganz oft machtvoll im negat im inner ich bezogenen machtvollen art behandelt ich glaube ja ich glaube dass man auch teilweise mit seiner eigenen macht sich selbst gegenüber auch nicht gut umgeht man also das ist so manchmal zwingt man sich durch dinge auch ganz selbstwirksam die und du wirkst machtvoll auf deine auf deine gesundheit zum beispiel ein und zwar nicht gut also auch da also wir brauchen gar nicht unbedingt ins außen zu gehen sondern ins innen zu gehen nutze ich meine selbstwirksamkeit zum kampf gegen mich verstören von mir stress burn out überlastung oder sage ich ich bin so machtvoll mit mir selbst dass ich mir auch ruhezeiten gönnen kann dass ich mir gutes tun dass ich meine bedürfnisse wir können auch in uns selbst ja das für uns gestalten absolut und offen gesprochen wenn wir da darauf gucken wie gehen wir denn mit uns um lässt sich vermutlich auch ein rückschluss darauf ziehen wie gehe ich denn mit anderen menschen um absolut und wie gehe ich mit völkern um also eigentlich wie immer wir können einfach bei uns anfangen und ja ich merke das auch ich habe eine zeit lang in meinem leben sehr intensiv gegen mich gearbeitet und meine kräfte gegen mich genutzt und so bin ich auch mit der welt umgegangen heute sage ich ist vielleicht besser ein bisschen wohlwollend mit sich um zu gehen und achtsam und entsprechend kann ich auch achtsamer mit anderen umgehen und beides ich würde auch sagen dass ich durchaus ein also in dem experiment wäre ich wahrscheinlich auch eher der gefangene gewesen als der werter also an der persönliche struktur ja ja was was für verschiedene arten von macht gibt es bzw was sind die faktoren von macht kannst du kannst du dir vorstellen also man kann ja macht auf verschiedenen ebenen ausüben also ich habe zahl so was ich jetzt gerade habe ich kann ja auch machtvoll als mitarbeiter sein agieren in einem team ja absolut dann klar als führungskraft ich kann ich kann macht ausüben in der familie ja also das kann ich auf jeden fall im freundeskreis auch also in so einem kontext na ich finde es auch immer ganz spannend wenn 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 leute zusammenkommen die sich gar nicht kennen wie schnell sich da so raus wird wer da so die machtvolle wer das so wissen ich sage immer so der anführer dann von der gruppe wird und so ne ja das dann im kontext also ich bin ja auch sporttrainerin nebenbei ich meine dann bin ich auch in der machtposition ich sage machen sollen in das geil also gar nicht böse gemeint aber voll finde ich gut ja und interessanterweise gibt es trotzdem auch phasen also wo ich echt geil wo ich es geil finde dass ich dass ich nicht die rolle habe da wo ich denke auch das ist auch mal schön sich zurückzulehnen und da nicht dass die die macht zu haben da zu bestimmen was zu tun ist und so also jetzt nur mal so dass das weit so was so naheliegend ist ja also ich hatte auch mal so darüber nachgedacht und auch ein bisschen darüber gelesen und fand es ganz spannend dass es verschiedene basen von von macht gibt und das ist einmal ich kann ich habe macht durch wissen wenn ich etwas weiß und das ist immer das was ich auch über das face reading sage natürlich ist face reading wissen und wissen es macht und macht es verantwortung das ist genau das wo ich sage das face reading kann nichts dafür wenn andere menschen es nutzen dafür um andere in die ecke zu stellen oder so da kann an sich das face reading nichts dafür weil es einfach nicht machtvoller umgang ist dann macht durch identifikation ist natürlich auch wenn ich mich etwas identifiziere und dann in einer gruppe vielleicht bin und da hundertprozentig dahinter stehe dann erlange ich macht macht durch zwang das ist diese erpressungsgeschichte von der ich vorhin gesagt habe und macht durch belohnung das ist das was eltern ganz oft auf kinder aus wenn du das machst dann kriegst du das beziehungsweise eben auch verbote also das finde ich auch ganz spannend sich mal zu überlegen wo kommt und dann halt die legitime macht die einfach da ist die 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 ein mensch sich erschaffen hat durch verschiedene faktoren aber ich auch sage okay welche macht oder welche basis von macht halte ich denn für mich für für sinnvoll also zum beispiel möchte ich keine zwangsmacht haben das wissen und die identifikation haben ja das finde ich ganz spannend sich zu überlegen okay wenn ich mich als nicht machtvoller mensch fühle über welchen bereich ich denn macht für mich aufbauen selbstbewusstsein aufbauen und damit dann eben auch andere menschen in der sachbezogenen macht also in der verbesserung der 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 situationen für die allgemeinheit anwenden also ist schon ein echt ein gutes großes thema finde ich auch so ein schwieriges thema weil es ist so macht ist sowas was so schnell so wertvoll und bereichernd sein kann und das kann so schnell zerstörerisch und tötend und und kalt und und das finde ich ganz ganz schlimm dass also dass man wahrscheinlich auch sich jedes und zugegebenermaßen machtvolle menschen glaube ich müssen sich auch jedes mal wieder und immer wieder fragen bin ich noch in der sachbezogenheit oder bin ich in der ich bezogenheit geht es mir darum uga uga zu machen oder geht es mir darum und ich glaube das ist immer wieder wirklich eine grenzwanderung ich glaube auch und sich mal immer wieder ernten und sagen hey stopp ich sage oder weißt in spiegel gucken und sagen kann ich mich noch im spiegel anschauen ist das was ich tue gut nach und würde ich mich mögen wenn ich wenn wenn ich mich im außen kennenlernen würde würde ich mich mögen und würde ich meinen umgang mit macht mögen oder fände ich es eigentlich eher ätzend und ich finde die frage ist manchmal schmerzhaft ehrlicherweise ja absolut schaut man wahrscheinlich auch nicht so gerne hin und er möchte also die sache ist halt immer macht finden viele menschen so schlimm aber unmacht finden andere menschen oder finden die gleichen menschen noch schlimmer naja aber was will man denn jetzt willst du machtvoll sein ganz ganz böse oder willst du ohnmächtig sein auf keinen fall ja was willst du denn das ist so also wenn man sich kein fleisch kein fisch also unmacht ist doof aber macht ist ja auch sind ja auch schlechte menschen und immer denken naja dem tod musst du sterben und dann lieber den machtvollen tod also den sachbezogenen macht machtvollen tod ne ja ja und da stecken ja so viele sachen also da könnte man jetzt wahrscheinlich auch noch stunden cooles thema wie denkt ihr denn über macht und welche macht erlebt ihr denn oder welche findet ihr denn gut also berichtet das würde mich schon interessieren an welchen stellen wurde schon macht auf dich ausgeübt was du mochtest oder auch nicht mochtest an welchen stellen hast du macht und wo du dir mehr macht wünschen ihr könnt uns ja mal berichten auf jeden fall waren liebe grüße nach steinheim ja zurück nach dresden und nach alle nach alle an alle berichten es bald wieder. So wird es gemacht. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.